Überlebe Sturmphasen, während du eine Kippweltwaffe trägst. Eine weitere Aufgabe der Seite 1, die Würfelkönigin-Aufgaben, um dann endlich die Items gratis zu kommen. Und ich dann, das ist meine letzte Aufgabe, nämlich hier, dann auf Seite 2 endlich zu kommen. Wie habe ich das gemacht? Ich bin ganz ehrlich, ihr seht es ja. Ich bin abgesprungen, habe geschaut, wo eine Anomalie ist, bin rein, habe mir bei der Truhe, die dann spawnt, die Kippweltwaffe geholt. Das könnt ihr bei einem Riss machen. Ihr könnt es aber auch bei einer bestehenden machen und bin dann einfach ins nächste Haus innerhalb der Zone gelaufen, habe mich hier hochgebaut. Ihr seht es ja, habe mich da verschanzt und einfach gecampt. Das ist vielleicht nicht die coolste Art und Weise, diese Aufgabe zu erledigen, aber so habe ich es gemacht. Einfach von Zone zu Zone. Ich glaube, zwei Runden oder so brauchte ich. Ich habe ein paar Minuten in Anspruch genommen, keine Frage, aber so hat es dann funktioniert und dann war ich mit der Aufgabe durch. Wenn es für euch passt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ansonsten vielen Dank für's Schauen und viel Spaß mit den nächsten Videos. Bis dann.